Nein, du mieser Alter, verpiss dich doch da, wenn du dann verkackst. Ja, du mieser Wichser, Alter. Und wieder endlich verkackst. Ich kack's. Vor allem, der ist doppelt gefaun auf der anderen Seite. Da ist eine Dreckskante. Ja, lass mich mal. Ja. Hallo und herzlich willkommen. Ladies, da ist jetzt wieder eine weitere, muy bekannte Episode Let's Play GTA 5 Online. Schön, dass ihr da draußen wieder eingeschaltet habt. Denn die Frau, ja, die natürlich auch mit am Start ist, hat wieder Maps rausgesucht. Hallo, Frau. Hallo. Ja, so, was erwartet uns hier? Laut Bildchen ein interessanter Wallrad. Jetzt habe ich gleich geguckt, wie viel Prozent ihr das Ding hat. 10 Prozent. Oh, siehste. Ganz solide Maps da auf dem Bild. Auf jeden Fall interessant aus. Ja. Mal schauen, was uns hier erwartet. Okay. Ja, es lag der Windschatten, du Wieser. Was? Das wollte ich ausbremsen, aber irgendwie hat es nicht so gut funktioniert. Hast dich selbst ein bisschen ausgebremst. Jetzt ist es ja doof gelaufen jetzt. Schade. Erstmal zwei Milliarden Punkte hier unten auf dem Boden. Mhm. Warum? Warum, Alter? Da vorne geht's los. Jawohl. Ganz aufentspannt. Oh, nicht doppelt gebaut. Lobeshygnen. Ich glaube, die Map ist aber auch ein bisschen älter schon. Ich glaube, die ist von 2021. Ich weiß nicht. Aha. Gut möglich. Aha. Kacka. Was denn? Okay. Okay. Wolltest du mich weghauen? Nee, eigentlich nicht, aber... Oh, mein Gott. Nein, aber ja, aber nein. Okay. Okay, hier hat er versucht, Doppel zu bauen. Oh, er ist mal schon die Laterne mitgenommen. Hä? Okay. What the fuck? Oh, nö. Okay. Ich verstehe. Weiß nicht. Nee, ich nicht. Schön nach oben liegen. Das ist richtig. Und damit du bis Speed arbeiten. Ja, da ist er abgesperrt. Da sind wir noch Lücken drin, oder nicht? Ich glaube, eine ganz oben, ja. Nein. Lol. Du Mieser, Alter. Verpiss dich doch da, wenn du dann verkackst. Ich dachte, ich komme dann noch hoch, sei nicht so. Ja, genau, lass mich raten, du dachtest, ich komme dann noch hoch. Ja, bist du ja in den Aufnahmen. Ja. Ey, Digga, warum? Ich bin dieser Klacksigon, Alter. Ja, jetzt bin ich ein Klacksigon, jetzt fängst du auch so an, oder was? Was ist los mit dir? Nichts. Ich glaube, du kriegst ein Loser-Koeffizient-Verbot. Oh, diese miese Ratte, Alter, so eine Kacklaterne, Junge. Ja. Warum heute so salzig, hallo? Oh, fuck. So, mein Vitamin C oder was auch immer in Orangen drinsteckt, ist ab heute gedeckt. Hä, ich komme nicht ansatzweise da hoch. Nicht mal ansatzweise. So hart ausgebremst, einfach. 100% ist es wieder so eine FPS-Kiste hier. Ich weiß halt nicht, wie man das machen soll, keine Ahnung. Ob ich mich dann selber mit diesem Speed dann irgendwie so drehen soll, und dann halt auf der Seite, wo man hochfährt, weiterfahren soll, oder dass man da durchfahren soll. Dann soll da durchfahren. Und dann drehen. Irgendwie. Und dann wieder runter. Frage ist, du wohin? Ich bin auf Rückweg. Weg! Oh Gott, ja. Ja. Und dann? Hä? Wohin? Nein, ich habe... Ey. Wohin? Ey! Achso, alles wieder zurück. Deine Mama. Ich habe gerade gesehen, dass es hier weitergeht. Ja. Lol. Alter, da muss aber der Winkel richtig präzise setzen. Hm. Super. Ja. Hab's wieder. Hallo. Hi. Wo bist du? Ich bin und ich habe verkackt. Achso. Kommt jetzt entgegen, hey. Ja, es ist aber jetzt kacke. Hey. Ich möchte das nicht. Wo bist du, du kleiner Jupsi? Wo bist du? Weg. Bist du weg? Ja. Bist du? Ja. Ja, bist du? Ja. Boah, Alter. Hast du Lack gehabt, ne? Das war kein Lack. Hm. Das war voll gut abgeschätzt, wo du so bist. Mhm. Dann, yo. Kommt dann auch mal der Punkt, oder nicht so? Alter. Schon ein bisschen ausgeht in die Kacke hier. Ja. Punkt. Hab ihn. Easy. First try übrigens. Frau! Hä? Wo bist du? Redest du halt nicht mehr mit mir? Doch, doch, doch. Ich musste mich gerade konzentrieren. Lass mich raten. Du musstest dich konzentrieren. Ja, musste ich. Oh, fuck. Meine Güte. Weil ich zum allerersten Mal die Drehung geschafft habe. Okay. Ich sag dazu nix. Wie dumm hab ich denn für du verkackt? Das ist jetzt nicht. Weiß ich nicht, aber ich freu mich darauf, das in deiner Sicht zu sehen. Ich hab mich aufgenommen. Mhm. Boxershorts also. Schaffungsfolge. Oh Mann, ich bin so dumm. Ey, so blick kann noch keiner sein. Magst du es mir erzählen, was du gemaket hast? Nein. Nein, das ist peinlich. Schlimm genug, dass ich das dann in den Aufnahmen sehe und wahrscheinlich sogar verbaue. Ja. Oh, ist das schön. Ist das schön, ey. Aber man gönnt sich aber auch in GTA rein gar nichts, ne? So privat sind wir voll herzlich zueinander und so. Alles schön und gut, ne? Aber in GTA, ne. Nö, nö. Nachkommen, deine Mutter. Dadurch, dass er da aber auch nicht doppelt gebaut hat, hab ich gar keinen Bock da eine Koralle zu machen, ne? Das ist so eine Spirale. Und normalerweise mach ich da beim Runterfahren Korallski. Kann ich ja mal gerade ein Lebens-Try hier machen. Und die Leute sehen, was ich meine. Oder halt auch nicht. Doch, er hat das doppelt gebaut. Hä? Du mieser Wichser, alter! Ey, da kann man mir die Scheiße zu tun. Mäh! Warum? Ich hab dich auch nicht weggetrollt. Wollst du aber? Nee, hab ich das? Nein. Wollte ich das? Eventuell. Ja, ist so. Ja, wollen ist was anderes als machen. Ja, ja. Ja, ja, lass mich raten. Ist was anderes? So. Alter. Nee. Oh, lol. Lol. Ist ja gar nicht belastend hier die Stelle, ne? Nee, nee, ist auch nicht belastend. Wie geht's? Nein! Ja, geht doch voll klar. Mann. Auf der Skala 1 bis 10, ne? Wie sehr hasst du mich gerade? Der Trollf. Echt? Okay. Ja. So übel. Ja. Warum? Ey. Weil ich auch endlich mal weiterkommen will. Ja, ich troll dich jetzt auch nicht mehr. So bist du sicher an dieser Stelle. Hallo, Frau. Hallo. Nicht trollen. Hast du es doch schnell geschafft. Und bist du direkt bei mir. Hallo. Wooo. Hallo. Bin fast auf dir gelandet. Wie fahr ich denn? Weiß ich nicht. So, was ist denn hier Phase? Oh, ein bisschen früher. Äh, später raus. Nicht früher. Hey. Hey, come on. Ich krieg's heute nicht mehr hin, ne? Ne einfache Fickdrehung. Sei es Korall oder Unkorall. Selbst die Katze kommt hier an und meckert schon. Ich krieg's heute nicht mehr hin. Ich krieg's heute nicht mehr hin. Okay. Also hab ich grad noch nicht, äh, irgendwie... ...herausgefunden. Wirst du schön. Was hast du noch nicht rausgefunden? Ja, wegen, äh, dass man da eine Koralle oder so machen muss. Ja, Koralle oder Arschlähung halt, ne? Da unten an der Spirale ist ein Bumper. Boah, aber du überdrehst dich ja instant. Gar kein Bock mehr. Können wir bitte gehen? Ja, Koralle, bitte. Ey, wir sind jetzt knapp elf Minuten auf dieser Map. Neun davon pimmel ich an diesem Scheißpunkt gerade. Weil ich zu inkompetent bin. Wuhu! Nein! Ey! Diese Drecksrockster-Kamera-Fickler-Scheiße! Mann! So, was muss ich jetzt hier machen? Ja. Okay, da ist ein Aussortierer drin. Okay. Ich glaube, ich fahre vorwärts dagegen. Ich weiß jetzt nicht, wo ich raus muss. Ah, ich hab den Punkt. Und da verkack ich den. Okay, ich kotze ab. So, nächster Punkt. First try. Ja, genau. Ja, was denn? Hä? Ja. Ja, was denn? Ja, nichts. Hä? Hast du ein Problem damit, oder was? Jetzt ab nach da oben. Und wieder Ämchen verkackt. IKATZE! Vor allem Ding, der ist doppelt gebaut auf der anderen Seite. Ich hab da oben. Da ist ne Dreckskante! Ja, lass mich fragen, lass ne Kante! Ja, lass mich fragen, lass ne Kante! IKATZE! 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 Ey! Ey, ich hab so gar keinen Bock mehr, ne? Ehrlich. Das ist doppelt gebaut, ja? IKATZE! IKATZE! So schön, ich kann nicht mehr. IKATZE! Also, als ich heute Morgen aufgestanden bin, dachte schon nicht, dass der Tag so geil wird. Den Spruch kenne ich auch vorher. Ach, echt? Mhm. Woher denn? Nein! Wer hätte es dann gleich ersetzt, wenn du hier lang fährst und so weiter, und ich dich wegtreu? Versuch's, du fällst raus. War das grad ne Drohung? Ne, fast brechen. Diese Kacke! Aber er hat die Kacke auch nicht und ich hab mit dich gebaut da, diese Dreck-Spirale, ey! Leck mich doch am Sack! Ey, ganz ehrlich, du hast dich hundrappro um Korall gedreht. Hundrappro! Ja, natürlich hab ich mich um Korall gedreht. Ja, natürlich hast dich um Korall gedreht. Hä, ja? War klar, dass du dich um Korall gedreht. Hä, ja? Als ob ich da ne Koralle mache. Ja, dann macht man ja auch normalerweise ne Koralle. Ja, normalerweise, aber das ist einfach gebaut. Ja, warum soll ich da ne Koralle machen? Scheiße gebaut. Wenn ich diese Farbkomposier, krieg ich mittlerweile auch echt Aggression, ne? Jaaaa! Junge... Ja, genau, alter! Ey! Ja, da hat's wieder Spaß, alter. Das ist jetzt... Ey! Ey! Ey, was... Ah, schön ist das Leben. Geht so. Oha! Ralle, easy peasy, hallo! Ach, du mieser Huren, alter. Und wieder Emchi verkackt. Ey, ich geh nach Hause, alter. Ey, ich hab keinen Bock mehr! Hey, wie... Wie verkackst du denn bitte den Emchi? Ja. Der ist doppelt gebaut. Der ist doppelt gebaut. Ey... Ey... Diese Map macht mich aggressiv. Och, du mieser... Hä? Aber... Wie? Warte, wenn ich da jetzt... ...reinfahre... Ey, ich muss mich drehen. Ja? Ich weiß es nicht. Hau ab! Alter! Willst du mich ficken, oder was? Ey! Ja! Ja! Das ist geklappter, es war! Ja! Ey! Ja! Aber... Frau... Scheiße... ...dass ich dich nicht bekommen hab... Ja, lass mich grad mal... Voll scheiße, ne? Ja! Ja! Ach mein Gott, ich bin zu blöd! Ja, genau Brudi! Absolut richtig! Soll das gehen? Ja! 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 Ich weiß halt nicht, ob man sich drehen muss, oder nicht. Alter, ist das Pimmel gebaut! Ne, man muss sich nicht drehen... Ah! Perfekt, okay! Es ist super Pimmel gebaut, Mann! Wie soll man denn irgendwas sehen? Ja! Ja! Oh Gott! Ich hab das Stück aber keinen Speed! Doch! Schwanz! Äh... Also, die Stelle hat er echt nicht geil gebaut, also... Lass mal mal das Fehl... Boah! Alter! Das war weg! Ja, und dann hab ich's geschafft, und dann musst du halt am Ende eine Koralle machen. Also, so eine Drehung, dass du halt da den Bach... Ja, das hab ich schon alles gesehen, aber... Okay, wie er das gebaut hat! Bei aller Liebe, Mann! Ne! Okay! Ich weiß nicht, wie ich mich da drehen soll! Na gut, jetzt hab ich nen Dreh raus, also easy! Du fährst rein, siehst das zweite Pinke und ziehst hoch! Ja, du fährst jetzt hier ganz normal rein, da ist das erste Pinke, Lücke, zweite Pinke, zu Tor... Und dann... Und dann... Ja, ja, ja... Aber trotzdem ist das Scheiße, sag ich ganz ehrlich! Ey, ja, und ich bin zu blöd da diese Scheiße... Scheiß Drehung zu machen, ich weiß nicht wie! Oh! Ich war aber auch jetzt soll ich einmal zuverlässig dran! Ich weiß nicht wie ich mich drehen soll! Arschdrehung, Koralle, weiß ich nicht! Mhm! Hallo, we spawnen doch, alter! Den ganzen Tag fällt was vom Himmel, warum nicht heute? Hey! Ich will nicht mehr, wirklich! Ey! 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 Hab mich zu ignorieren! Ja, sorry! Wenn ich da versuche mich wieder zu retten, tut mir leid! Ja, nee! Boxershorts! Ey! Wie Boxershorts? Ja, Boxershorts! Ja, ich weiß ja nicht mal wie ich mich da drehen soll mit der Scheiße! Entschuldigung! Ja! Und meine Karre fliegt dann sonstwo in Nirvana rein! Nirvana? Sondern die in Nirvana? Aaaaaaah! Hehehehe! Doch, dass ich hier auch lang fahr, ja? Schon mir leid! Nein! Jetzt weißt du wenigstens wie es so ist, getroll zu werden! Wow! Jetzt heißt es wieder, ich bin das böse Schäfchen. Ja. Ja, genau. Oh, finally, alter. Degger. Nein. Ja, überdreh dich doch, was ist das denn? Oh, den hat er aber nice gemacht. Ja, GTA ist weg. Wie dann GTA ist weg? Mem-Fehler, Dings da. Ey, nicht dein fucking Ernst. Doch. Ja, super, dann mach du mal bitte schon mal deine Aufnahme aus. Ja. Ja, scheiße, das heißt, jetzt muss ich ja ohne Mäh weiterkommen, oder was? Ja. Toll. Sorry, ist gar nichts okay. Ja, gar nichts. Und jetzt hier hin. Und jetzt? Keine Ahnung. Ich sehe halt aber auch nicht, was hier gemacht werden kann, muss. wieder runter? Ja, ja, aber wie komme ich denn da zurück? Ist da irgendwo ein Bumper? Ich muss hier wieder zurück, aber ich habe hier nirgendwo ein Bumper gesehen. Okay, müsste ich. Ähm. Ach so. Hat er... Als ob. Das hat er sich so... Nein, nein, nein. Ich habe verkackt. Ey, Mann! So, Drehung zum allerersten Mal geschafft. So, wie es auch wohl geplant war. So, dann hier raus. Aha. So einfach der Punkt eigentlich. So einfach. Und ich brauche fünf Jahre. So. Hab ihn! Nein. Nein. Na, verkack ich die Auffahrt. Nein, so scheiße. Ja, so Rockstar Auffahrt. Wisst ihr? Oh, Mann! Ja, die verkackt man gerne. Ja, wegen der Krümmung. Ja. Die zieht dann das Heck weg. Deswegen... Verwenden die meisten Map-Erbauer eigentlich auch diese Auffahrt nicht. So, es kommt jetzt für eins Kacki. Ja, ist doch klar, dass hier sowas kommt. Das war doch absehbar. Ach, Herr Jever. Aber, was er schön gemacht hat, er hat hier überall Markierungen, wo man hin muss. Also, er hat es hier vernünftig ausgeschildert. Nächsten Punkt. Ah. First Try? Nee, Second. Ich hab nämlich ja die einen Auffahrt versammelt. Okay. Eieiei. Eieiei. Also, das hat er wirklich gut gemacht. Also, muss ja jetzt hier nicht alle schlecht reden. Vieles. Äh. 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 100 Pro kommt hier wieder. Nee. War ich schon richtig? Ah, ja. Ich hab richtig verkackt. Weil ich gerade auf die Map noch geschaut habe. Aber nee, war richtig. Oh, Alter. Oh. Ah, das ist so schön. Geht's auch. Doch, doch, echt schön Wir haben es geschafft Aus hat genommen Hachime Ja, wie kacke willst du die Kack hier zusammensetzen, Mann Eher so Oh, was ist das Ziel? Hachime Oh, endlich im Ziel Boah, war das eine Kack-Map 33 Minuten, läuft Wenn es euch gefallen hat, positive Bewertung Da lasst, während Räumchen ganz wichtig Videobeschreibung abstecken, paar einzelnen Triebwerken und der Merch Sind natürlich verlinkt Genauso wie die Map zum Nichts selber zocken Ich kann es euch echt nicht empfehlen Die war jetzt nicht komplett scheiße Die hat ein paar nice Ansätze gehabt Aber das war es dann auch schon wieder Ich bedanke mich vorher aufwärts im Kalt Und sage schön mit dir Und noch einen wunderschönen Tag Haut rein, macht's gut Und ciao Tschüssi Tschüssi Musik Musik Bis zum nächsten Mal.